Jonas Kramowski ist mein Freund, mein bester Freund. Wir spielen oft in der alten Ziegelei, obwohl wir das gar nicht dürfen. Hinter dem verfallenen Fabrikgebäude ist nämlich direkt die Grenze nach West-Berlin. Jonas und ich lassen uns auf den lockeren Sand fallen und schauen nach oben zum kaputten Hallendach, durch das man den Falkenseer Himmel sehen kann. Unser Brandenburger Sand ist wie Ostseesand. Weißer Sand. So weiß, als wenn man den Tee damit süßen könnte. Zuckersand. Meine Mutter hat einen Ausreiseantrag gestellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.